Hallo, Git Rebase. Was ist das? Was macht das? Und warum ist das immer so verdammt kompliziert, wenn man das selber mal ausprobieren will? Okay, ist eigentlich gar nicht so schwer. Hört sich nur kompliziert an. Also wir haben hier einen Master Branch und wir haben hier einen Feature Branch, jeweils mit verschiedenen Commits drin. Und wir stellen kurz fest, dass der Master Branch hier anfängt und der Feature Branch das hier quasi als Basis nimmt. Also von hier aus, hier haben wir den irgendwann gebranched und dann haben wir unsere Commits gemacht. Und wenn wir jetzt ein, wir sind jetzt auf dem Feature Branch und wir machen jetzt ein Git Rebase Master. Das ist das Typische, was man machen wollen würde in diesem Fall. Was dann passiert ist, dass wir den Zweig von hier nehmen und ihn bis nach oben so umschieben. Wir schieben den nach hier oben um. Und dann ist er hier. So, das ist ein Rebase. Wir sagen also, der Ursprung unseres Branches ist jetzt nicht mehr dieser Teil hier, sondern ist eigentlich dieser Teil hier. Das ist alles, was Rebase macht. Und wir gucken uns das jetzt nochmal, das war jetzt nur die kurze Erklärung, wir gucken uns das jetzt nochmal ein bisschen detaillierter an. Dann wird auch rauskommen, warum das so kompliziert ist. So, genauso wie eben, wir haben hier auf der linken Seite den Master Branch, den Feature Branch und jetzt machen wir einen Rebase. So, das ist unsere ursprüngliche Version. Was bei Rebase passiert jetzt ist, der macht nicht einfach popp, sondern was er macht ist, er geht von hier und macht erstmal popp und setzt den 1 nach oben. Und dann sagt euch Git, hahaha, Moment mal, wir haben jetzt aber einen Dateikonflikt, den musst du erstmal lösen. Und dann löst du den Dateikonflikt, dann hast du vielleicht noch einen zweiten Dateikonflikt und dann hast du irgendwann alle Konflikte gelöst. Und dann kannst du sagen, Git Rebase Continue und dann springt der in den nächsten. So, und dann löst du wieder deine Konflikte. Es kann jetzt passieren, wenn dieselbe Datei, also wenn hier und hier dieselbe Datei verändert wurde, die du auch hier in deinem Branch verändert hast, dass du genau dieselben Konflikte, die du eben schon gelöst hast, nochmal lösen musst. Was extrem ätzend und aufwendig ist im Zweifelsfall. So, und dann kannst du nochmal ein Rebase Continue machen und dann bist du hier, da wo du hin willst und auch hier musst du wieder, wenn du Pech hast, gleiches Spiel wie hier, im Zweifelsfall genau dieselben Konflikte lösen. Das ist auch genau der Punkt, wo dann Rebase extrem ätzend wird, wenn du immer wieder denselben Kram lösen musst. Gerade, wir haben jetzt hier nur drei Commits zwischendurch, aber stellt euch vor, das ist noch viel länger. Also stellt euch vor, ihr habt hier ganz viele Dinge und dann ist das natürlich ein bisschen großer Aufwand, das alles zu machen. Und dann kommt auch noch dazu, wann lohnt sich überhaupt, gibt Rebase vielleicht das auch nochmal dazu gesagt, wenn ihr ein Squash Merge macht. Das heißt, wenn ihr ein Merge macht, wo diese ganzen Knoten alle als ein Knoten nachher hier reinkommen, als ein großer Knoten, und man gar nicht mehr sieht, dass das hier alles mal existiert hat, dann braucht ihr auch kein Rebase machen. Rebase macht dann Sinn, wenn ihr das als nicht Fast Forward Merge macht, weil ihr dann so eine sehr, sehr schöne Struktur bekommt. So, man sieht dann, okay, hier, da ist ein Branch aufgegangen, da wurde was gemacht und dann wurde das hier zurückgeführt und man hat hier keine Commits in der Mitte. Das ist ein No Fast Forward Merge. Und für sowas ist Rebase besonders geeignet, weil du dann eine sehr, sehr schöne Struktur hier hinkriegst. Oder auch, wann ist das noch sinnvoll, wenn du allgemein, wenn du normale Merges machst, die so, normal ist ja ein Merge, dann, wir können das mal kurz hier zeichnen. Merge ist ja dann mehr sowas wie, und was dann passiert ist, das ist das, was ich hier gerade rechts machen wollte, dass ihr im Zweifelsfall so eine echt ekelhafte, große Branch-Struktur habt, also von diesen, kennt bestimmt diese Graphen hier, und die sehen dann, die gehen dann im Zweifelsfall riesig weit auseinander, wo du dann auch denkst, ey, wer hat denn da noch einen Überblick? So, meistens keiner. Und deswegen willst du ein Rebase machen. Aber, wir sind noch nicht fertig übrigens, was ist denn sonst noch so aufwendig oder so nervig? Okay, das ist hier am Ende, wenn wir dann endlich, wenn wir das mal zurück, so, wenn ihr dann endlich hier oben angekommen seid, so, dann wollt ihr das vielleicht noch pushen auf den Server, halb Deutsch, halb Englisch. Jetzt habt ihr aber eventuell, eventuell habt ihr den vorher schon mal gepusht gehabt, eventuell, guck mal hier, wir machen mal den Server-Branch, machen wir mal hier unten hin, ihr habt das vorher schon mal, als das hier unten war, das war schon mal auf dem Server, so. Und was ihr zwischendurch gemacht habt, das ist jetzt das, was passiert, dieser Commit hier, dieser Commit und dieser Commit sind, im Zweifelsfall komplett unterschiedliche Dinge, weil ihr musstet den ja ändern hier, um die Dateikonflikte zwischendurch zu lösen. So, und außerdem ist der Ursprung eures Branches, deutsch schwer, eures Branches, hat sich ja auch komplett verändert. Und wenn ihr jetzt den Branch mit demselben Namen, den Namen machen wir ja nur Feed, wir machen mal nur Feed, so. Wenn ihr den selben Namen jetzt auf den Server pusht, dann sagt der Server, Moment mal, ich habe hier einen Branch, der heißt genauso, der sieht auch vielleicht genauso, sieht auch so ähnlich aus, aber der hat hier ganz andere Daten, die passen irgendwie nicht zusammen. Das kann ich jetzt nicht machen und das müsst ihr dann natürlich auch lösen. Da gibt es bestimmt ganz viele kluge Ansätze. Was ich oft mache, das geht natürlich nur, wenn ihr die passende Umgebung dafür habt, mit den passenden Kollegen dazu. Was ich dann in dieser Situation oft mache, ist, dass ich hier einfach nur eine 2 dranhänge und später dann den als Feature 2 pushe und den dann später einfach vom Server löche. Aber auch hier muss man natürlich aufpassen, dass nicht irgendein anderer Kollege noch auf diesem Branch ist. Also auf jeden Fall aufpassen, guckt auf Stack Overflow, wie ihr diese Probleme löst. Aber das ist erstmal, das sind die zwei Probleme, die auftreten. Das eine Problem ist, ihr müsst Commit für Commit, müsst ihr die Probleme lösen. Commit für Commit, macht ihr dieses Rebasing, schiebt ihr den Branch-Ansatz nach oben. Das ist ja die Basis, ihr rebasiert das sozusagen. Und das zweite Problem kann auftreten, wenn ihr einen Push macht, wenn ihr den vorher schon mal auf dem Server gehabt habt. Weil, um das ein bisschen professioneller zu formulieren, ihr habt ja hier die Versionsgeschichte umgeschrieben. In dem Fall habt ihr sie umgeschrieben, weil ihr habt, zum einen habt ihr den Ansatz, die Basis des Branches habt ihr geändert, Versionsumschreibung Nummer 1 und Versionsumschreibung Nummer 2. Aber ihr habt auch dieses Ding an dieser Stelle, hier habt ihr was geändert, weil ihr musstet ja hier irgendwelche Dateikonflikte im Zweifels verlösen. So, ich hoffe, damit ist klar geworden, was Big Git Rebase macht. Das Video ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Aber es ist, glaube ich, nicht wirklich so kompliziert. Es hört sich nur kompliziert an und es gibt immer so viele Probleme dabei. Aber genau, ansonsten Fragen, Anmerkungen in die Kommentare. Guckt euch auf jeden Fall die Videobeschreibung an. Falls irgendwelche Fehler in diesem Video waren, werden sie in der Videobeschreibung, falls ich davon Kenntnis habe, wahrscheinlich auftreten. Ja, immer noch. Deutsch. Schwer. Okay. Vielen Dank.